Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wer geniesst es nicht, so eine gute Tasse Kaffee? Aber vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, woher, dass er eigentlich kommt, der Kaffee? Er wachst am Baum. Und da bei uns im Studio, da hinten, sehen wir gerade so ein Exemplar davon. Ja, und nach drei Jahren treibt dann der Kaffeebaum leuchtend weisse Blüten. Und erst nach vier Jahren kann man diese ausgeriften Früchte, die sogenannte Kaffee-Kirschen, ernten. In diesen Kaffee-Krisen steckt dann eben Kaffee-Bohnen. Und jetzt werden von den groben Kaffee-Experten feine, ausgewogene Mischungen hergestellt. Und zwar aus feiner Hochland-Sorten aus Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Äthiopien oder Angola. Die grosse Kunst vom Röstmeister ist es dann, die Rösttemperatur und die Röstzeit richtig zu dosieren. Und so findet es in Ihrem GoB-Laden. Die feinen GoB-Kaffee in sechs verschiedenen aromatischen Mischungen. Achtet Sie auf das Frischhalte-Datum. Diese drei Bohnen-Kaffee gibt es auch vorgemahlen und vakuumverpackt. Sie bleiben darum und geöffnet mehrere Monate röstfrisch. Sie sehen, die Kaffee-Liebhaber haben es gut bei GoB. Und jetzt kommen wir zu weiteren Aktualitäten dieser Woche. Neue bei GoB sind die beiden fruchtigen Trinken aus Kriesensaft und ein Mix aus Apfel mit Gräbfriesaft. Beide sind in diesen leichten Packungen, die man problemlos einschenken kann. Und jetzt präsentieren wir Ihnen eine GoB-Aktion für die Frühlingsputzenden. Dieser Satrap Tapivash, ein Teppichwäschgerät, das viel gründlicher wirkt als Schamponieren. Wasser wird mit dem Reinigungsmittel in die Fasern gesprüht. Auch der fettige Schmutz wird so gelöst und sofort aufgesogen. Das Teppichwäschgerät Satrap Tapivash, das können Sie jetzt in verschiedenen GoB-Centern günstig mieten. Achtet Sie auf das Inserat in der GoB-Zeitung. Dort steht dann ganz genau, wo Sie diesen Teppichwäschapparat bekommen. Sie sehen, GoB möchte, dass Sie als Konsument informiert sind. Aber vielleicht haben Sie gerade selber auch eine Idee, eine Anregung oder auch ein Problem, das Sie gerne loswerden möchten. Räuten Sie uns doch einfach an. Gerade jetzt. Die Nummer vom GoB-Mittwoch-Telefon ist 041 28 12 12. Und anrufen können Sie gerade nach dem GoB-Mittwoch-Studie und zwar bis heute Abend am 9. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und wir danken, dass Sie auch heute Abend wieder für uns Zeit haben. Und zum Schluss, achtet Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie gut brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GoB, GoB-Bohnen und Wack-Kaffee jedes Paket an 250 Gramm, 60 Appen günstiger. Und jedes Paket an 500 Gramm, 1 Franken günstiger. Zwei Paar Wienerli statt 2,50 nur 2 Franken. Dorschfilet Goldstar statt 4,20 nur 3,40. Zwei Schachtel Gerber Gala statt 3,10 nur 2,30. Zwei Flaschen Fox Citron statt 4,20 nur 3,50. Zwei Flaschen Fox mit Thermafin statt 3 Franken nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zwei Paket Galahörnli fein statt 3,20 nur 2,40. Herr Döpfel Bintje 2,5 Kilo nur 2,35. Und hier noch das aktuelle Angebot vom GoB Photoservice. Alle Nachbestellungen von Farbkopien, Standard und Extragross gibt es jetzt für nur 50 Rappen. Und hier nochmal die Nummern für alle, die gerade jetzt anrufen wollen. 041 28 12 12. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch.